Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aquarium Skis. Ja, letzte Folge haben wir ja das fertig gemacht. Ja, haben wir schon gehabt. Genauso wie das. Gehärtete Energieleitung und Red. Nett. Das lassen wir mal jetzt noch. Die haben wir komplett. Die haben wir komplett. Das können wir noch nicht. Das können wir auch noch nicht. Ja. Wie immer, als Nettete das sehe. Haben wir ja Laring Skyblock schon bei 80% fast fertig. Da haben wir noch gar nichts zum Beispiel. Das will ich jetzt auch noch nicht. Steelwork. Wir sind fies, wollten wir anfangen. Aber hier haben wir ja schon angefangen. Und zwar sofern. Wand of Power. Gold Kappe und Fokus Tasche. Fokus Tasche und goldene Kappe. Taumun. Da. Also Taumun Nomikum. Gold Kappe. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das hier schon. Nitor. Lamentium. Schwarzpulver. Da haben wir noch nicht alles Aspekte. Schwarzpulver. Cooler Mann. Nein. Ich suche die. Tauben. Da könnten wir gucken, wie wir das herstellen. aber hier genau können wir noch nicht dann noch nicht genug erforscht heißt weiter können wir denn hier kommen wir erst weiter wenn ich was anderes gemacht habe den machen wir mal hier weiter den tank haben wir schon flut tank flut tank 2 und tragbarer tank und der tragbare tank machen wir mal das jetzt sind wir im weiteres leben ein haben wir schon 29 2 reward bags creepy und angry und blut holz treffer als das karten die uns schenken können wirklich dabei ist nicht so besonders was dabei im flutmanagement das wollen wir jetzt mal wir wollen jetzt nicht weit am me system bau mal gucken wie weit das wegewerk ist haben wir ein bisschen mehr holz auch rausbekommen und noch mal fünf weitere die werden verarbeiten könnte gummi wir haben es wird so truppenholz trankwasser dann will ich auch mal ein bisschen eichenholz ins deck durchhauen um zu gucken was da raus wird mal gucken an nummer 1 kommt aus einem 4 raus und hier kommt sägemehl und 6 raus mal gucken was wir daraus machen können gepresstes sägemehl schluss schloss verschiene flops schloss schleim schlacke ich weiß hier schlacke kriegen jetzt auch mal gucken was wir hier ausmachen können holzkohle interessant daraus können wir holzkohle machen schloss mal gucken müssen wir entdecken korrekte mir noch rausbekommen und bis jetzt hat es hin deutlich mehr holz kriegen wir raus natürlich dann mich mal ein das holz bringe ich weg dann haben wir genug Balken wieder wiege mir verkrafte ich denn wenn wir fertig sind dürfte hoffentlich wieder ein bisschen was nachgekommen sein 50 haben wir schon 52 und noch fünf Balken kriegen wir noch mal ein steck extra raus wo wir holzkohle drauf machen können ist ja schön kommt wirklich viel mehr raus ja meine achse ist jetzt weg ist auch egal wenn wir verkraften das jetzt mal kriegen wir acht holzkohle raus aus dem stack schön das wollte ich wissen so dann auch essen wir mal gleich was wir noch was haben können wir erst mal acht holzkohle draus werden lassen und können uns auch Rohplastik noch nehmen und wir den holzkohle die da jetzt auch mal die kiste ach was ich baue den mal ab und bringe ihn zu unserem zu uns da hinten bitte jetzt habe ich den zaubertisch mit nehme ich den zaubertisch mit zu uns nach hinten das modpack ist ganz schön instabil muss ich auch sagen und ich glaube das war doch heute die letzte aufnahme folge ich hätte aber jetzt mal gesagt mindestens um zwei gut aber ich muss jetzt paar folgen aufnehmen muss ich morgen noch weitere aufnehmen weil heute ist also heute samstag und heute letzte folge erschienen ja packe ich mal hier hin da können wir laba nehmen da können wir wasser rausnehmen jetzt will ich bloß noch eins machen jetzt suche ich mit eisen gut dann will ich nehmen jetzt ein eimer dann will ich dann will ich ähm kohle 1 2 gehen hole ich mir nochmal ähm wie heißt das suche ich mal kurz so sieht der ganz bestimmt aus ja hab ich das jetzt da ne so wo ist das jetzt suche jetzt ein ganz bestimmtes teil da taumonomikum kann ich wegnehmen da habe ich kohle rausbekommen taumonomikum brauche ich aber trotzdem nochmal taumonomikum weil wir wollen jetzt mal was richtig cooles machen nitor brauchen wir noch das also 3 ignis 3 was 3 3 also 3 fackeln 6 fackeln und 2 kohle muss ich 6 fackeln mir extra packen gut 6 fackeln klo ein klo zwei klos und dann zeige ich euch mal was wir schon machen können wasser und 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 ja es mir auch vorher auffallen müssen wir brauchen noch was bestimmtes vorher ich bin deswegen extra dann hab da jetzt eben extra nicht gestanden 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ich müsste es auch anfangen 1 ne dürfte gar nicht anfangen weil ich hab was vergessen das wichtigste überhaupt ich nehme jetzt meine Spitzhacke statt den Hammer mal rein Glück gehabt so jetzt wird es kochen 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 3 4 1 2 4 1 3 1 3 4 5 Ja, das hätte ich jetzt nicht machen sollen, egal. Ist jetzt auch egal, weil wir haben jetzt erstmal das, was ich euch zeigen wollte, nämlich ein Nitor, und das ist ein relativ cooles Licht, das wir jetzt mal hier erscheinen lassen, so sieht es aus. Und wir dürfen jetzt schon fesseln, ich guck nochmal kurz nach, ich sag schon mal, okay, wir haben noch zwei Minuten, ich glaub das Licht setze ich doch lieber hier rüber, sieht viel cooler aus darüber, wir werden zaubertisch. So, Schlacke, ich mach mal so, ob man es so wieder verwandeln kann. Ah, ich bin vergiftet worden. Jetzt kann ich nichts essen anscheinend. Ah, jetzt kann ich endlich was essen. Ich hab vielleicht einen Effekt davon. Jetzt ist die Schlacke weg. Ist auch schön. Auch wenn ich Schlamm lieber hätte rausbekommen, also ist die Schlacke nicht mal ein Schlacke, also. Wir können mal gucken, was wir inzwischen zusammen mit haben. Leamstone, cool. Ich wusste gar nicht, dass man dadurch auch Leamstone rausbekommt. Und zieht's. Ich hab doch gar keine Erde drin. Anscheinend kann man auch Sand. So was. Weil. Ich mach mal kurz was. Ham. Oh. Ich hab noch genug Hammer drin, relativ hochwertiger. Nee, ich nehm mal nicht unseren Glück Hammer. Weil damit kann man was relativ cooles machen mit dem Stein. Jetzt baue ich ihn ab. Wir haben 32, jetzt haben wir 31. Pass genau auf. 34. Jetzt haben wir 33. 37. 36. 39. 41. 44. Wir kriegen damit immer mehr raus. Das ist ein Stein, den man mit diesem Prinzip mehr vielfältigen kann. Ich baue jetzt das alles weg, was ich nicht mehr brauche. Den brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. So. Dann esse ich jetzt noch was und sage, tschau. So.